Ja, klaro. Ich habe eigentlich vergessen, bei der Windchillage, um das Spiel anzuheften, sehe ich gerade. Oh mein Gott, ich steppe auf. Aber die Windchillage stimmt jetzt, Noe. Das ist doch auch was. Der Windwall raus? Ja, nee, machen wir nicht. Noe geht afk unterm Tower. Das war nicht optimal, nee. Who is that Pokemon? It's Noe for you! Freunde, jetzt, also ich bin, also das können wir ja nur gewinnen mit Noe und mit euch allen. Also jetzt mache ich mir gar keine Sorgen, weil mit euch kann das nur ein Wind werden. Manola, sag mal, so funktioniert das aber nicht, ne? Was war da in Valorant gerade los? Warum hat der Mando so performt? Habt ihr kurz PC gewechselt, oder? Ich bin disconnected, ja. Ich habe Momentum verloren dadurch. Was ist so momentan der beste Support? Rackham. Und jetzt auch einer, der Spaß macht? Senna. Senna ist extrem gut gerade. Ich spiele, ich spiele voll ernst jetzt. Mangus sollte sehr hard carryen, ja. Ja, ja, natürlich. Also kein Druck an der Stelle natürlich, aber gut, 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 gut. Könnt ihr einen ganz verwirrteten Ione geben, aber das ist wirklich... Ja, verwirrtete Ione, nee, da verzichte ich mal. Dann spiele ich doch mal den guten alten... Ich spiele auch mal den Ione auf, ja. Ich schieß meine Rhythm ist kein der Hot. Kein der Hot, was sind das für moderne Begriffe hier? Wie hat man denn jetzt Fiora nochmal gebaut? Das spüre ich auch gar nicht, was ihr da macht, aber bitte. Ja, der hat einen doppelten Heal abgekriegt, damit war es das auch wieder. Oh, ich glaube, die sind eher bei dir, ne? Uh, angeln schon auf 25, Leute. Da bin ich leider so aus. Ich hasse diese dummen Vögel. Ich habe den genommen. Ja. Unabsichtlich. Gut gesecured. Nee, so richtig. Okay, alles raus. Ich bin auch raus und ich bin gleich tot. Ich habe den Tower 1 gestand. Ja, 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 dann... Nice, gejumpft. Das ist auch gut, dass der Plan ist, wie das Morgana gefeatet wird, überlebt mit der Ulti-Stunt und du dann mit der Ulti-Beide tötest. Jo, das ist gut. Ich habe mir gerade ausgedacht. Ein Visionär, der Manga-Coach, auch in League of Legends. Ich denke, außerhalb der Kiste. Heute stirbt gleich. Der hört uns auch nicht. Der Darius, dann bin ich da. Das ist aber nicht der echte Fruppert. No way. Er ist ein HP ohne. Ja, ja, ich bin böse auf dem Weg. Ich flash auch in den Reihen, ist mir alles egal. Einfach nur nicht sterben, wäre sick. So, you get done. Der ist ja wieder. Ich bin hier isoliert. Kann ich auf jeden Fall gleich mit dem Raken. Der Schöne-Kombo ist jetzt... Ich glaube, der muss flashen. Ein Ding ins ist raus. Das ist actually ein guter Je, ne? Haben wir Track-off-Jungler? Der Watt-Problem ist gestorben. Also ist er jetzt... Da wird der Blue-Side sein und irgendwo Bot-Lane. Die Crap wollen wahrscheinlich gerade. Genau. Wie kann ich da reinlaufen? Ich komme nicht Bot-Lane. Ich würde niemals Call-Me-Z- und Harry-Squatter-Ganken zu diesem Zeitpunkt des Skate-Arts geworden. Ich habe versucht, den... Das hast du sehr unauffällig gemacht. Das ist ein König der Reverse Psychology. Ja, ja. Meine Güte. Jetzt haben sie hier auch noch gewordet. Das ist doch krass. Der Coach, was kann er eigentlich nicht? Ich würde sagen, ich lasse euch einfach da unten, ne? Euer Leben leben. Ei, ei, ei. Wo Level 6 habe ich auch echt wenig Bock auf Rakan. Ja, so irgendwie. Wenn ich Level 6 bin, kannst du hier easy zwei Kills holen. Was will er machen? Wenn meine Ulti springt? Ja, stimmt auch. Wollen wir einen richtig sinnfreien Gank auf der Midline machen, wo die Level 6 hat? Oh, der hat gesolo-Drake. Die waren gar nicht am Drachen. Oh mein Gott. Die hat keinen Flash. Die Uri hat keinen Flash. Ja, dann mach die doch mal langs. Ich habe keine Q. Dann habe ich sie. Auto-Attack. Sehr gut. Oh, der Solo-Kill auf der Top-Lane. Ja, klaro. Warte mal, ich habe eigentlich vergessen bei der Windschel. Andere Spiele anzuheften, sehe ich gerade. Oh mein Gott, ich steppe auf. Aber die Windschel stimmt jetzt, Noe. Das ist doch auch was. Der Windwall raus? Ja, nee, machen wir nicht. Noe geht auf, Kau unter dem Tower. Das war nicht optimal, nee. Das war wirklich nicht. Das war suboptimal. Das war Taktik. Ich denke jetzt. Bin gleich da. Bin jetzt im Tri-Bush. Die fighten halt wirklich nicht. Die haben keinen zweiten Bildschirm, die hören nur. Die haben Podcasts. Die können ja auch noch gar nicht fighten. Was wollen die denn machen? Die haben doch ja noch nichts. Gleich haben die erst ult. Dann nehmen wir doch mal den Racker. Okay, dann gehen wir weg. Ich habe verkackt. Ich habe einfach eiskalt verkackt. Den hätte ich haben können. Hast du gerade rausgefällt? Ich habe rausgefällt. Ich hatte noch Ignat. Der ist aber dumm. Nein, nein. Ich dachte, ich habe mich versehen. Ich habe mich. Alles gut. Good job. Das lief hervorragend. Habt ihr super gemacht, Leute. Ich war auch dabei. Ori holt raus, mal durch. Wenn ich Angeln heute voll bekomme während der Windchallenge, wäre schon news. Was hast du denn gefangen? Was ist denn das Beste, was man kriegen kann? Es geht also, man muss das halt leveln, damit du halt Futter fürs Pad bekommst. Aber es dauert so ewig, so ein richtig langsamer Beruf. Das ist stundenintensiv, ja. Mango, erst mal im Alt-Shed-Up-Stil. Das bekomme ich. Komme. Zehn Sekunden bis Ult. Ich glaube nicht, dass ich retten kann. Doch nicht sofort. Was ist denn Fuat? Wo war ist der? Oh, schön. Schön. Ist das ein Traum. Hier im Bottom-Filter-Support. Das ist schon ein Träumchen, ne? Der Junge ist so frustriert. Der Darius ist eher frustriert. Die stehen da im Busch. Die bereiten eine Falle vor. Wir sehen es nicht. Sag mal, wenn ich jetzt im dritten Game die Irelia zünden würde. Nein, 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 nein. Sie spielen doch alle einen auf gerade. Oder was, wenn ich im dritten Game vielleicht ausrutsche und jiebende? Also ich bin für alles offen. Dann spiele ich Split-Post-Trundle-Jungle. Das kann ich auch. Also dieses Trundle-Jungle-Locken. Nee, keine Ahnung. Also ich finde einen Weg. Aber wenn du jiebernst, dann würden da Luka und ich, glaube ich, kurz ein bisschen so Absprache machen, weißt du? Ich habe jetzt auch Ult. Also wir können ein bisschen Rambazamba machen. Ja, warte, dass die da... Willst du den Turm haben? Ja, jetzt ist es vielleicht gut. Können wir nehmen, ja. Vorsicht. Geht auf mich. Gut, dann nehme ich mal Steuern. Keine Steuern für dich, sorry. Du musst zurück, glaube ich. Ja, er muss euch zurück. Dann machen wir doch kein Klumpchen. Oh, er ultet mich. Oh, okay. Botlane, ich komme. Ich komme nicht, ich komme nicht. Ich gehe top, ich gehe top. Ich bin auf dem Weg zur Top-Lane. Na klar. Ich schlau. Ich habe eine Shelly, ich habe eine Shelly. Das war episch. Ich brauche das, ich brauche das. Bitte. Sorry, 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 sorry. Okay, ich habe einen bekommen. Ich brauche das. Ich sterbe wenn ich das nicht kriege. Ah, da ist er! Er ist gestunnt, er ist gestunnt, er ist gestunnt. Ja, ja, der ist so dead. Schöner Flash. Ich dachte, der hilft uns beim Tower auf einmal. Der ist rot. Ja, ja, der ist auch wieder. Das ist wie Shelly. Das ist Shellys kleiner Bruder. War der Ori gerade einfach von Base nach zu dir gelaufen? Oder was hat die da gemacht? Das ist top gewesen, ja. Das war doch ganz gut. Er ist gerade auch ein Fisch. Das war hervorragend. Die hatte keinen Flash und kein TP mehr, die Ori. Dieser Yasuo hat Ego, ne? Das merkt man richtig. Das ist Yasuo. Wie jeder Yasuo-Spieler. Der will jetzt wieder zurückkommen ins Spiel wahrscheinlich. Dankeschön. Nice. Schön. Wie er mich rübergezogen hat. Das war wie so ein Expresszug. So, wie sind's gemacht. Das ist ja fast zu einfach mit euch hier. Nachher muss ich mal ein bisschen die Bremse anziehen beim Gameplay. Du verwechselst aber da irgendwie das Glück, das wir gerade haben mit Consistency. Nee, nee, nee. Er jinx ist, er jinx ist. Wir können doch jetzt nicht in allen Games First Drive machen. Das wäre schon cool. Dann haben wir noch den Topf der Gier und es kommt ja auch noch einiges. Wir haben erst mal noch gar nichts geschafft. Außerdem wäre das eine ziemlich coole Winch-Challenge, meines Erachtens nach. Wenn man alles schaffen würde. Ja. Das stimmt tatsächlich. Das haben wir gerade in der Liga. Liegt aber auch an unserer Kombi, die wir sonst manchmal gespielt haben, ne? Noe. Fuck, Mickey. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Diese Sau, ey. Ob wir noch Spaß haben, der Casix? Der hat gerade eben aus Morgana-Binding rausgeflasht und ist instant gestorben. Der ist einfach, der hat schon alles gesehen. Ich hasse Yi auch so sehr. Aber genauso stelle ich mir Yi-Spieler vor, weißt du? Wie Lukas? Wie Lukas? Ich habe den Wettkopf geklaut. Hey, hey. Genauso stelle ich mir Yi-Mains vor, genauso. Ich finde, Lukas entspricht nicht diesem Klischee eines Yi-Mains. Das sind drei Kills für dich jetzt, Freddy. Guck mal, die hat keine Ult, Yi-Uri. Bin sie jetzt schon? Ja, ja, das war ruhig. Ja, warte, dann lass uns den Watt noch wegnehmen. Wen sollte die... Hallo, na, geh mit Mittag, Yi-Uri. Achso, ja, ja, okay. Ist das auf der Quantenebene, oder? Okay, krass. Doch, 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 doch. Jetzt ist er da, jetzt ist er da. Doch, 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 doch. Und schöner Step. Einmal in den Rücken. Doch, 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 doch. Und der stirbt. Oh ja. Wieso stirbt der nicht? Der ist am Leben. Kommst raus? Ja, ja, ich muss dabei leider flashen. Bessere Fiora. Anti-Isolation. Teen aus dem Raus, den Introvertierten. Ah, den hätte ich auch noch haben können. Ist der nicht für mich jetzt, dem Bild? Was? War doch gut. Hä? Denkt er hat dich, aber er hat dich nicht. Du hast den Köln bekommen, ah. Denn gleich machst du weiter into Autodeckum. Bumm. Autsch. Da ist er noch, der Coach. Der ist so tilted, der Junge. Ich hab alles gesehen. Der sitzt auf der Top-Lane und denkt sich, um Katz, das will mein Jungler. Warum kommt da gerade ein Dalu auf meine Lane eigentlich? Mit einem Red-Buff. Warte, ich baite richtig, richtig smart. Der wird doch niemals gegen dich behalten. Watch this. Ich helfe dir nicht nur. Warum nicht? Ähm. Lass mich überlegen. Ich mag die Farbe von deinem Skin nicht. Helft dir nicht? Das ist ein Scheiß-E-Spieler, Mann. Ich werde nur selbst gestorben. Ich helfe dir nicht. Ich bin gleich da. Macht einfach ruhig. Gute Ablenkung. Ich bin... Ja. Sehr gut. Die wollen aber auch die Morgana töten. Ja, ja. Die haben Respekt vor dir. Aber die von mir, das ist das Gute. Das ist das Ding. Du baust einfach über das Gameblank immer falschen Respekt auf, damit sie am Ende die falschen Personen fokussen. Ja, mein Games. Die Spiele sind mein Games. Wir haben mal ein bisschen zu viel gecheatet, äh, probiert. Gecheatet. Wir haben mal ein bisschen zu viel probiert. Drache ist ab. Ach, du Scheiße. Ja, die gehen auch hin. Warum haben wir keinen Jungler, der in der Nähe ist? Was soll das, Mann? Man kann's ja nichts führen. Alles gut. Ui. Komm, ich komm, komm. Enter. Ich... Wieso ist denn meine Q? Enter. Enter. Dalu. Was? Die hab ich vorbereitet. Die hast du vorbereitet. Ich hab dir manchmal schon einmal erwischt. Oh, was ist denn der Mensch? Darius ist auch so böse. Ui. Oh, den K6 hätte man mir noch geben können, Leute. Nö, nicht die. SOS, Affenalarm, ich muss raus. Das war für die Mäntel groß. Vielleicht nicht mehr so viel Mana, ne? Ich glaube, wir müssen einen opfern. Nicht mehr, ich mehr, ich mehr, ich mehr. Ich bin bereit, euch beide zu opfern. Ich geh vom Bates. Oh, ich hol mir den nicht. Ich fahre ganz froh. Ich bin unter dem T3, unter dem T4 Tower und niemand hilft mir. Ich verstehe das nicht. Nächsten Fragezeichen. Bing, bing, bing. Hast du den Yasuo kalten Schweiß gerade? Ich glaub, der darf gleich nicht mehr. Das ist auch gemeldet so richtig, dass alles angespannt wurde da. Aber manchmal ist Yasuo so frustrierend. Da ist Yon so viel geiler. Weil du kannst halt einfach immer raus mit der E. Du bist so sicher. Hier links steht in Rakan. Echt krass, wie lange das zählt. Das ist Morgana bei Link. Wir spielen jetzt Makro, okay? Das heißt, wir schicken jetzt unseren Yito drei Mitte. Nee, ihr schickt drei Top, Y-Mitte und ich gebott. Go. Y-geht in die Mitte und ich gebott. Wenn ihr in Gefahr seid, lauft ihr davon. Aha. Nie nicht davonlaufen. Ich darf nicht davonlaufen, oder? Muss ich auch davonlaufen? Du darfst reingehen. Okay. Danke, Coach. Nein, du bist der Coach, Dattel. Ja, noch ein bisschen Coach. Nee, wir sind tot. Der Coach ist nicht quantumlocked. Da kann alles sein, was er will. Falte, Falte. Wir haben schon mal eine Sprung. Yeah, 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 yeah. Das war nur ein Wade, dass sie das denken. Hier, dann vielleicht noch weg. Ich bin halt legit gegangen. Jetzt enden wir einfach. Ist ja wirklich tot. Mango. Der ist auch gemutet. Der zählt jetzt tief. Aber das zählt jetzt nicht zu dem Back-Tree-Back, oder? Das League-Game her. Das ist ja nur das Warm-Up-League-Game zwischen. Das zählt sogar doppelt. Junge, du bist einfach der Stiegi von League of Legends, Norway. Ich wusste das gar nicht. So, noch kurz quatschi. Das zählt nicht. Oh, der... Ein schönes Bein, ey, hallo. Manchmal kriegt man den Eindruck, dass du mehr machen kannst als Fische fangen in WoW. Das ist nur kurz. Nur kurz, ja. Die vier Tower-Difen. Oh, oh, der... Eieieieiei! Ihr macht das da, ne? Ich farm sogar ein bisschen in den Jungle. So, was machen sie jetzt gegen diese Minion-Wave? Furt macht schon mal gar nichts mehr. Die Minion-Wave... Sehr gut. Gigi will play. Mein Gott, Mühlenburg-Roth wollte nur nett sein. Ihr schreibt sogar noch, Gigi-Jungs, wird das ganze Game geflamed. Ja, er hat geflamed jetzt nicht. Das war eine realistische Reflexion seines mentalen Zustands. Der arme Mühlen. Das ist ja buchbar. Trotz der Gigi. Aber er hat's genommen. Er hat's einfach gedrängt. Ja, er hat's wirklich. Er hat sich so meinen, dass du töst. Aber es hat trotzdem Spaß, dich zu töten. Okay, also ich würde sagen, das zählt nicht, weil wir müssen jetzt ja zu CS zurückgehen. Ja, ja, ja. Also ich würde sagen, das war jetzt nur so ein Halbe praktisch. Warum zählt das nicht? Weil wir jetzt ja zu CS und League muss an einem Stück sein, sonst zählt's nicht. Nein, nein, das zählt. Das ist kompletter Bullshit. Am Ende, in der Match-History, muss das so stehen. So, aber spielen wir jetzt trotzdem CS? Ja, jetzt spielen wir es ja. Gott sei Dank, ihr weg von dem Spiel. Das heißt Gott sei Dank, das ist so ein gutes Spiel. Deine Morgana war doch geil, so. Ja, das war... Ja, die war wirklich krass. Die war crazy. Hast du das Eindringen gesehen? Seht ihr, was er macht? Er manipuliert das alles so, dass das so läuft, wie er möchte. Ja, eben sollte das Spiel nicht zählen. Und jetzt ist das Spiel plötzlich wieder geil. Das ist gezielte Manipulation hier. So ist das. Einer muss... Du brauchst immer einen Intriganten. Ja. Hier ist mir schon wieder viel zu viel getreihardet. Ich werde gleich die Irelia anlischen. Da werde ich mal sehen. Nein, aber warum nicht einmal durchziehen und dann gucken, was im Topf der Gier auf uns wartet? Aber, ey, halt, ich zieh doch immer durch. Du hast letztens Irelia gespielt. Ich meine, Irelia ist wirklich nicht schlecht. Ich spiele die auch auf Hilo ab und zu. Die ist wirklich nicht schlecht, Mann. Das Meme ist voll gemein. Das ist mein Twitch-Chat. Die gehen immer überall rum und flamen meine Irelia. Und das ist mein Träum. Untertitelung des ZDF, 2020